Tut mir leid, dass mein Mikrofon gerauscht hat, es war nicht richtig eingesteckt, egal. Aber ich wünsche euch auch viel Spaß bei dem Video. Ich bin mal Bad Wars auf dem Comedy.net-Server. Ich habe lange kein Bad Wars mehr gebracht und dachte ich mal, nehme ich jetzt mal Bad Wars auf. So ein Editor von Nichtmitte, gar eine Spitzhacke. Ja, also wie ihr schon im Titel gelesen habt, ein sehr wichtiges Infovideo, es werden jetzt die nächste Woche kein Video mehr kommen. Da ich Schule habe und keine Zeit habe, Videos, alles klar, wieso hat er keinen Lockback bekommen? Und da ich Videos nicht hochladen kann, nicht spielen kann, weil ich eine wichtige Klausur schreibe, die sehr wichtig ist. Jetzt will ich ihn dann mal jetzt auslöschen hier. Ich glaube, ich setze ihn erstmal in den... Hat er wahrscheinlich wieder ein Geschwert gekauft. Ja, wieder ein Kürbordschwert gekauft. War ja klar. Ich hätte mir jetzt bloß einen Koppel, verbal. So, ich versuche, mich ein bisschen anzurücken. Okay. Komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Oh, da hat er mir den Quid gegeben. So, er ist down. Gut. Nice. Da war ich schon den ersten Kill. Bin mir auch zu 100% sicher, dass er im Drogen hat. Sonst wäre er jetzt nicht in die Mitte gegangen oder so, ne? Wir müssen auf blau aufpassen, weil das ist unser näherste, näherste Gegner. Und hat er einen Bogen, aber er hat ein gutes Krip. Okay, das ist hier sein Team, sein Bett. Wir versuchen jetzt schon mal in den Koppel zu setzen. Er ist im Koppel. Setz ich hier nochmal in den Spawntrap. So, im Spawntrap ist er. Und bauen jetzt mal sein Bett ab. Okay. Woran scheint der bessere Spitzhacke? Ah, ich spiele gerade ein bisschen mit ihm. Schauen wir mal sein Bett ab jetzt. Hi. Ciao. Okay. Dann kaufe es nochmal mehr Blöcke. Und nutzen dann seinen Weg in die Mitte. Da hat er jetzt einen Weg in die Mitte für uns. So gesehen gebaut. Wir sind Team Pink, glaube ich. Oh, und... Ich glaube, Team Blau hat gerade einen Bogen. Setzt den dann da ins Kopf ab. Boah, dann hoffentlich sein Bett ab. Der hat sein Bett ja interessant zugebaut. Von der anderen Seite muss ich kommen. Alter. Also, ich glaube, die Teamen gerade. Weil der Rot hat den Blauen gerade nicht getötet. Das ist offensichtliches Team. Ja, jetzt kommt der Blau da. Ja, sie Teamen. Das ist jetzt gerade irgendwie nicht so toll, weil sie gerade Teamen. Genau, sie Teamen. Sie Teamen gerade. Den Blauen haben wir jetzt auch in Spawn Trap. Hi. Auch mit dem Respawn Code hast du auch. Ja, ja. Dann werde ich es aber erstmal schön weg, Mister, ne? Kommt davon, ne? Oh, und der Rot hat mich... Ja, also... Dieses Video schicke ich auch nochmal im Forum. Man hat gerade gesehen, die Roten und die Blauen haben gerade geteamt. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Echt scheiße. Ich habe jetzt auch Chat dran, also kann ich nicht schreiben, dass ich Aufnahme habe. Es ist nicht alles Gold eingesammelt, aber ich gehe jetzt lieber auf Save. Nicht, dass er noch in die Mitte kommt. Er kommt. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Der kommt nämlich jetzt. Ist er... Er ist gestorben, oder? Ne. Ne, er ist in der Mitte und er kommt direkt. Okay, ich muss mir erstmal was zu essen kaufen. Ich bin gerade richtig nervös. Okay, er ist da, er ist da. Er kommt jetzt. Er hat ein Eisenschwert. Und Sprungkraft. Das wird sehr schwer. Hi. Er baut sich hoch. Hält hier an seiner Stelle auch, ne? Er wird mein Bett jetzt haben. Was? Er hat kein Objekt bekommen. Nein. Scheiße. Er hat mich im Kopf, oder? Ja. Ich habe zum Glück den Respawn kommt. Ja, es ist einfach so lächerlich, ne? Jäger, Junge. Lass es doch jetzt einfach. Mann. Ja, danke für den Crit. Danke für die. Sehr schlau. Wehe, du platzierst da jetzt den Glock, ne? Äh, ich habe ihn. Oh mein Gott. Nein, oder? Ich, lol. Das Beste ist, ich habe auch noch das Gold gesaved. Alles klar. Das Beste ist, ich habe hier unten noch das Gold gesaved. Das ist Gold. Lol. Der hat keine Chance mehr. Okay, ich kaufe mir jetzt einen Bogen. So, jetzt erst mal, äh, erst mal OP-Equipment kaufen, ganz ehrlich. Und versuchen. Aber, das muss ich jetzt gerade machen, sonst werde ich gestorben. Wahrscheinlich wird er jetzt ein bisschen lange einkaufen. Und wird gar nicht merken, dass ich hinter ihm bin. So war es als erstes, als erstes Copweb in seinen Spawn-Trap. Oder als erstes versuchen zu töten. Er ist tot. Nice. Wir haben ihn. Okay, ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.